Nach Bundesländern bleibt vor Adlberg Österreichs Corona-Hotspot Nummer 1. Nur dort und in der Steiermark steigen zuletzt die Infektionszahlen. Eine günstige Entwicklung zeichnet sich vor allem im Burgenland und in Niederösterreich ab. Im Bregenzer Wald besteht seit 20. April eine Ausreisetestpflicht. In zwölf Gemeinden der Talschaft mit knapp 32.000 Einwohnern sowie in Lustenau mit 24.000 Einwohnern besteht seit Dienstag eine Masken- und Testpflicht in genau definierten öffentlichen Zonen. Mit diesen Maßnahmen soll es gelingen, die hohe Infektionsdynamik einzubremsen. Aufgrund eines erhöhten Infektionsgeschehens tritt ab Freitag bis vor 1.9. meine Ausreisetestpflicht in der Gemeinde Telfs in Kraft. Die Testpflicht gilt für alle Personen, die sich in Telfs aufgehalten haben und das Gemeindegebiet verlassen wollen. Unabhängig von ihrem Wohnsitz und unabhängig davon, wie lange sie sich dort aufgehalten haben, teilt das Land Tirol mit. Ebenfalls eine Ausreisetestpflicht tritt in der Osttiroler Gemeinde ab Faltersbach bis vorerst inklusivem 9. Mai in Kraft. Das Land Salzburg verschärft die Corona-Maßnahmen für die Stadt Hallein. Ab 30. April 6 Uhr gelten wegen der zuletzt gestiegenen Infektionszahlen für die 21.300 Einwohner Gemeinde verpflichtende Ausreisetests, teilt das Land mit. Zudem soll die Einhaltung der Quarantäne verstärkt kontrolliert werden. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 9. Mai 24 Uhr. Die Gemeinden mit den meisten Fällen sind aktuell. Hallein 332,1, Lienz 328,3, Bregenz 300,8, Wels 294,5, Imst 286,1, Deutschlandsberg 282,6, Völzberg 282,1, Vöcklerbruck 272,4, Dornbirn 270,3, Schading 243,9, Redim-Innkreis 239,9, Braunoarm-Inn 236,8, Murrau 236, Feldkirch 235,8, Spital an der Trau 224,1, Murtal 223,2, Weithofen an der Uebs 222,8, Reute 222,3, Scheibs 219,7 und Weiz in der Steiermark mit 219,5.